Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur neuen Sendung von Swissam.ly TV. Heute werden wir unsere Produkte vorstellen, die wir als Lösung anbieten für Elektrosmog. Swissam.ly will Lösungen anbieten und nicht einfach Produkte anbieten, weil wir wissen, dass manche Lösungen auch über unsere Produkte hinausgehen, auch mit Therapeuten und Ärzten dann noch begleitet werden müssen. Deswegen sind wir auch so froh, dass viele Therapeuten und Ärzte unsere Lösung mit anbieten. Und unsere Produkte heute vorzustellen, habe ich hier mit im Studio Corinna und Beatrix. Hallo, grüß dich. Die mit uns zusammenarbeiten. Corinna ist im Innendienst bei uns tätig und Beatrix im Außendienst, was ich sehr schön finde, weil ihr seid echt klasse. Wollte ich erstmal so sagen. Ja, danke. Es macht ja auch wirklich Spaß. Was ich noch sagen wollte, liebe Zuschauer, ist, dass ihr natürlich jetzt per Live-Chat mit uns reden könnt. Wir werden jetzt die Chats nicht live vorlesen, natürlich, weil das ist eine aufgezeichnete Sendung. Aber wir werden jetzt nach der Sendung und wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, dann per Live-Chat für euch dabei sein. Und ihr könnt dann auch im Live-Chat diese Produkte bestellen. Ihr könnt auch mit der eingeblendeten Nummer hier, wie ihr sie jetzt hoffentlich sieht, auch telefonisch die Produkte bestellen. Und das sollte alles relativ reibungslos von dann gehen. Ja, wollen wir mal anfangen? Lass uns mal in die Kiste schauen. Ja, in unsere schöne Wunderkiste von Produkten. Unbedingt. Ja, gut. Dann als erstes haben wir hier das, was war ich als erstes? Ich glaube, das Tiefschlafband. Also das Tiefschlafband ist ein Produkt, welches wir entwickelt haben zum Tiefschlafen. Macht Sinn, oder? Wie der Name sagt, ja. Das ist sehr, sehr weich und das merkt man auch gar nicht, wenn man das ins Bett legt. Das kommt unter die Bettdecke, kann man sich schön drauflegen. Und das Bettlaken. Und das Bettlaken, genau. Und das Bettlaken wird es gemacht, genau. Also man kriegt es gar nicht mit überhaupt, dass es da ist. Gar nicht, ne? Also das könnt ihr hier so sehen, hier. Das ist innen, hat das Carbonfaser. Und von außen ist das mit Baumwolle. Und das ist auch Hypoallergen, glaube ich, nennt sich das. Genau. Das ist alles sehr gesund und sehr, sehr gut auch für den Körper. Nicht nur, weil es auch Harmonie verbreitet und auch besser schlafen. Zum besseren Schlafen vielleicht. Ja, und die Grundmaterialien sind natürlich der Sysharmonie entsprechend halt alle auch biologisch. Genau. Sollte man auch nicht vergessen. Und auch unsere Kleinsten können super gut schlafen damit. Genau. Wir haben das nämlich in drei Größen. Wir haben X, S, S, N und L. Und das ist dann für Babykinderbetten, also Babybetten, dann fürs Einzelbett und dann fürs Doppelbett. Also ist für jeden was dabei. Das kann man natürlich auch schön dann für Weihnachten irgendwie verschenken. Ne? Theoretisch. Gerade mal die Mütter oder Väter, die dann irgendwie nicht mehr so gut schlafen. Für die ist das eine schöne Geschichte. Weil das ganz unkompliziert ist, weil du es einfach drunter tust und da bleibt es. Und wenn das Bettlaken gewechselt wird, bleibt es einfach da liegen. Also ist echt sehr easy zu handhaben. Gut. Also als nächstes ist unser, wahrscheinlich unser größtes Produkt und auch, ja bleiben wir mal beim größten Produkt. Sieht jetzt hier nicht so aus, aber das ist unser Bio-Home. Das Bio-Home ist unsere ganzheitlichste Lösung. Eine Lösung. Eine Lösung, genau. Das ist eigentlich auch das, wonach das Harmonie ja eigentlich entstanden ist. Genau. Also was Sie hier sehen, liebe Zuschauer, ist einmal der Klimatuner und einmal der Wassertuner. Und der Wassertuner kommt ans Wasser. Macht ja auch Sinn. Ne? Und der Klimatuner kommt an die Hauptstromleitung des Hauses. Und das bewirkt dann natürlich, dass der Strom, sobald er ins Haus gelangt, mit dieser harmonischen Informationen versehen wird. Und dann direkt im Haus harmonisch schwingt und dann das harmonische Feld aufbaut, sodass da dann keine unharmonischen oder schlechten, schlecht ist nicht so ein schönes Wort, aber... Disharmonischen Schwingungen treten nicht mehr auf. Genau. Und beim Wasser ist das genauso. Da wird das am Wasser angebracht und dann wird auch der Kalk im Wasser weniger aggressiv und dann schmeckt das Wasser auch viel besser. Wenn man so einen Chlorgeschmack im Wasser normalerweise hat, ist der eigentlich relativ schnell weg. Und das Wasser, das schmeckt dann irgendwie mehr so... Weicher. Ja, weicher und auch wie so Alpenwasser eigentlich. So ganz rein, finde ich, schmeckt das. Und das hydriert mich persönlich besser. Ich finde, es schmeckt sauber. Also einfach sauber. Also erstens mal mag ich... Ich trinke schon seit vielen Jahren Wasser ohne Kohlensäure. Und das ist erstaunlich. Das können mir bestimmt viele Zuschauer bestätigen, die das auch schon gemacht haben, wie unterschiedlich diese Wasser schmecken. Das merkt man. Also ich persönlich habe es nie so gemerkt bei den Wassern mit Kohlensäure, aber ohne ist es extrem. Und mit dem Wasser-Tuner, da ist das Wasser sehr weich und ich mag das. Also ich persönlich mag es sehr. Ich kann das dann sehr, sehr gut trinken und dementsprechend trinke ich auch mehr. Was ja immer ganz wichtig ist. Das ist ja sehr wichtig. Wir trinken ja alle viel zu wenig und damit trinken wir doch deutlich mehr. Das haben wir in der früheren Sendung ja gesehen, wie wichtig das Wasser ist eigentlich. Wir bestehen ja zu 75 Prozent das Wasser. Dann ist natürlich gutes, positives Wasser ja einfach das Wichtigste eigentlich. Und was auch ganz toll ist, dass man weniger Kalkablagerungen hat und zum Beispiel auch bei... man hat weniger Staub, also beim Krematunern. Mhm, klar. Und das ist eigentlich auch eine ganz tolle Lösung. Ja. Gut, also das Bio-Home haben wir in zwei Ausführungen. Einmal haben wir es als ganzes Paket, was dann von uns eingebaut wird. Bei jemand so wie Beatrix? Genau, das war das erste, womit ich Swiss Harmony kennengelernt habe. Das war nämlich die Wohnungsharmonisierung und das habe ich auch nie bereut. Also im Gegenteil. Deswegen sitze ich ja heute hier. Genau. Aber weil ich einfach gemerkt habe, es ist eine ganz tolle Geschichte und davon auch so überzeugt, weil ich gesagt habe, da bin ich gerne dabei. Gut, und dann haben wir aber natürlich noch die Bio-Home zum Selbsteinbau. Also könnt ihr zu Hause das selbst einbauen. Da müsst ihr nicht noch einen von uns dazu holen. Es geht ganz leicht. Alles, was ihr braucht dazu, wird mitgeliefert. Kabelbinder, Klettband und alles mögliche wird mitgeliefert. Und dann haben wir noch Einbau-Einleitungen, die ihr auf unserer Webseite Swiss Harmony CH oder DE, da kommen wir von welchem Land ihr seid, das dann angucken könnt. Und dann wird ihr schon sehen, dass es sehr, sehr leicht geht. Wir bieten das jetzt schon seit über einem halben Jahr, fast schon ein Jahr. Und bis jetzt hat es jeder sehr gut hingekriegt, das selbst einzubauen. Also da, es läuft eigentlich sehr gut, finde ich, das mit dem Selbstanbau. Ist überhaupt kein Problem. Ich bin eine Frau und ich kann es auch. Ja, genau. Dann werden die Männer das direkt hingekriegen. Das ist ja auch eine tolle Video-Anleitung dabei. Ja, genau. Gut, was haben wir als nächstes? Okay, so. Jetzt fange ich mal an. Ja. Den kannst du jetzt drin lassen. Den lasse ich dann. Was eine ganz tolle Geschichte ist, ist, dass wir inzwischen auch einen Ring haben. Es ist ja nicht nur die Harmonisierung in der Wohnung, sondern es geht ja auch darum, dass wir mal draußen sind und dann natürlich irgendwo auch, ich möchte jetzt nicht einen Schutz sagen, eine Harmonisierung haben wollen. Wir wollen uns ja auch draußen wohlfühlen. Und dafür haben wir einige Produkte entwickelt, je nach Geschmack. Und eins davon, das ist jetzt auch ein bisschen mein Favorit, das ist der Bio-Ring. Kann man das so sehen, dass ich das mal so zeige? Den trage ich auch in der Hand. Der ist wunderschön. Das ist ein Silberring, der innen drin eine Carbon-Schicht hat. Genau, so sieht man ihn mal. Und ja, der ist also ein bisschen breiter, hat auch einen schönen Schwung, lässt sich fantastisch tragen. Und ich finde ihn persönlich auch sehr schön und sehr flexibel. Ja, und mit diesem Bio-Ring kannst du rausgehen und bist einfach perfekt harmonisiert, egal wo man ist. Das finde ich wirklich ganz toll. Das ist auf jeden Fall einer unserer beliebtesten mobilen Produkte. Absolut, absolut. Tragen Männer wie Frauen, weil er halt auch so neutral ist, ist ja auch nochmal wichtig, weil Männer tragen ja nun mal nicht so viel Schmuck. Aber den Bio-Ring kann man ganz unproblematisch tragen. Und der passt natürlich auch zu Firmen. Ich habe ihn auch jahrelang selbst getragen, muss ich ehrlich sagen. Also ich lege ihn auch nicht ab, ich trage ihn immer. Und von daher, ob Tag, ob Nacht, den habe ich immer Ahnung. Das ist super angenehm. Ich sage, dass ich ihn vor Jahren Quatsch vier Jahre getragen habe, weil ich jetzt momentan den Bio-Armreif trage, unser Carbon Exemplar. Wir haben zwei, wir haben den Bio-Armreif mit Carbon und dann den 2.0 mit Edelstahl. Und du hattest eine ganz interessante Geschichte mit dem Bio-Armreif, wie du das erlebt hast. Also ich habe zuerst am Anfang ja den Carbon-Armreif gehabt, den ich sehr toll finde, auch schön schick finde. Ich habe am Anfang eine Erstverschlimmerung gehabt. Ich habe Schmerzen im Armgelenk bekommen, die aber dann nach drei Tagen weg waren. Und ich wirklich eine totale Ruhe in mir gespürt habe, eine Harmonie in mir gespürt habe und ich einfach gemerkt habe, dass mir das total gut tut. Und ich habe auch eine Kundin, die hat diesen, genau diesen Armreif, sie ist in der Nacht aufgewacht, hat ihn nicht angehabt und hat totale Schmerzen gehabt. Sie hat Rheuma und hat dann den Armreif wieder angezogen und die Schmerzen sind weggegangen. Also das fand ich auch ganz toll. Ich finde ihn auch schick, er ist ein Designermodell. Und ja, der Rom-Armreif, der hat ja hier die Carbon-Einlage. Ich finde die sehr schön auch vom Design her. Also ich finde den richtig schick. Und ja, er hat auch eine sehr harmonisierende Wirkung. Und den tragst du auch gerne? Ich trage den auch gerne, ja. Aber ich habe ja auch den Ring noch an. Also wechselst du immer ab? Ja, ja. Ich möchte auch immer geschützt sein und ich fühle mich auch wohl. Ich merke es auch sofort, wenn ich jetzt den Ring oder wenn ich jetzt nichts anhabe, dann fühle ich mich auf einmal auch überhaupt nicht richtig kippelig. Also mir tut es wirklich gut. Also ich habe eigentlich gemerkt, dass wenn ich draußen bin und kein Harmonisierungsgerät bei mir habe, dann fühle ich mich irgendwie nackt. Da fühle ich mich nicht ordentlich angezogen mehr. Ich denke, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, wenn man harmonisiert ist und auch ein harmonisiertes Zuhause hat, du hast eine gewisse innere Ruhe entwickelt damit. Und diese innere Ruhe, du gewöhnst dich sehr daran und du schätzt sie irgendwann auch sehr. Und wenn du natürlich dann ein mobiles Produkt dabei hast, dann nimmst du deine innere Ruhe mit. Aber wenn du das ablegst, dann kommt natürlich auch der ganze Strahlungseffekt, denn der ganze Stress von außen kommt wesentlich stärker an dich ran. Und dann fühlst du dich irgendwann nicht mehr so ruhig. Und unruhig. Dann wird man halt mal schneller unruhig, klar. Man fühlt sich schneller mal gestresst. Und ja, der eine oder andere, der natürlich auch elektrosmerkssensibel ist, hatten wir ja auch schon in ein paar Sendungen vorher darüber gesprochen, der spürt es natürlich, der kann es, manche können ja gar nicht mehr rausgehen. Stimmt. Jetzt ist, mir fällt es einfach auf, du trägst da was ganz schönes um den Hals. Ja, genau. Erzähl doch mal, was ist das denn überhaupt? Das ist im Grunde genommen der Swiss Harmony Anhänger. Auch ein wunderschöner ist natürlich jetzt mehr als Kettenanhänger. Gibt es in Gold und gibt es in Silber. Das ist jetzt hier in Gold zu sehen. Sieht man jetzt ganz gut? Ja, ich denke schon. Ist eigentlich im Grunde genommen immer eine Geschmackfrage. Der eine trägt einfach nicht so gern Ring, sondern eine Kette. Und bei mir ist es natürlich auch so, dass ich mal abwechsel, mal die Kette, mal der Ring, wie es mir natürlich gerade in Laune kommt. Die Frauen wechseln ja schon mal gerne den Schmuck. Dementsprechend tun wir das natürlich auch. Und ja, finde ich auch ein sehr schönes Teil, was genauso schützt und was genauso harmonisiert. Ich möchte den Ausdruck Schützen verwenden, das rutscht mal schnell raus, aber es ist ja das Harmonisieren immer. Es ist ja nicht das Schützen. Also wir kapseln uns nicht ab, sondern es ist harmonisiert. Das ist auch eine bessere innere Einstellung. Definitiv. Ich kapsele mich ab von der Außenwelt. Genau. Das ist ja eigentlich ein relativ besonderer Einstellung. Genau. Ich bin einfach viel mehr in meiner Kraft und viel mehr in meiner Ruhe. Das ist das Besondere an den Produkten einfach. Schön. Und ich finde den Pendant sieht auch wirklich sehr schön aus. Auch in der Gold-Schwarz-Kombination oder in der Silber-Schwarz-Kombination. Genau. Gut. Wollen wir dann nochmal einmal in die Wunderkiste gucken? Ja, da haben wir doch noch neckige Sachen drin. Ja, ne? Was wollen wir jetzt hier mal als nächstes? Wir waren jetzt gerade beim Schmuck. Vielleicht ist dann der nochmal ganz interessant. Ja, eigentlich ja. Also wir haben nicht nur Schmuck, muss man dazu sagen, aber wir zeigen jetzt gerade noch das letzte Schmuckstück. Also, das hier, wenn wir das mal zeigen können, ist ein Bio-Steinring. Und er wird aus einem ein Stück Stein geschliffen. Das ist jetzt ein Tigerauge-Exemplar. Und hier seht ihr, wie er aus dem Stein geschliffen wurde. Also das kann aus jedem Edelstein bis auch aus jedem normalen Stein gemacht werden. Der Stein muss nur so Huhnei groß sein. Kleines Hühnerei. Ja. Also muss natürlich auch groß genug sein, dass es den Ring umfassen kann. Wenn es jetzt ein ganz kleiner Ring wird, ist es klar, dass man keinen Kiloblock haben will. Aber wenn man so einen richtig schönen dicken Ring haben will, dann muss er natürlich etwas größer sein. Ist ja klar. Die dauern etwas länger zum Produzieren, weil die alle per Hand in der Schweiz hergestellt werden. Von unserer Goldschmiede, mit der wir zusammenarbeiten, die auch den Ring und den Anhänger machen. Wird alles per Hand in der Schweiz hergestellt, was ich auch fantastisch finde. Ja, das ist der Bio-Steinring. Gut. Nächstes. Noch mal rein. Jetzt machen wir den Schmuck durch, oder? Das ist ja so wie Weihnachten. Ist ja toll. Ah, die müssen wir ja noch erwähnen. Ja, die können wir gleich noch. Gut. Dann machen wir erstmal. Genau. Machen wir erstmal damit weiter. Würdest du mal gerne etwas über die Phone-Karte ziehen? Ja gut, die Phone-Karte schützt uns beim Telefon. Wir können die ins Telefon reinstecken und wir wissen ja, wenn wir das Telefon ins Ohr heben, dann gibt es eine Strahlung und es erwärmt sich. Und wir haben durch die Phone-Karten optimalen Schutz. Soll das eigentlich aber ein Handy sein, wo schon, also bei Nokia 30 würde jetzt das noch reichen, aber natürlich, wenn wir ins Internet gehen, weil unsere Handys sind ja immer mehr wie ein Computer, dann ist natürlich der Bio-Patch um einiges stärker. Genau. Den wir auch haben. Den wollen wir jetzt auch mal hier. Genau, da ist er. So, den zeige ich mal hier. Ja, also die Phone-Karte ist ja eher für Deck-Telefone und für Handys, die keine Smartphones sind. Und der Bio-Patch ist dann eher schon für die heftigeren Sachen, so wie die iPhones und die Samsungs und die iPads und die habt ihr nicht gesehen. Überall da, wo es wirklich auch um die mobile Strahlung geht. Genau. Also der Bio-Patch ist aber auch Multitalent. Das darf man ja nicht vergessen. Definitiv. Das habe ich auch dementsprechend, die Geschichte muss ich erzählen. Ja, bitte. Im Grunde genommen am Anfang. Ich habe ja auch die Wohnungsharmonisierung dann bekommen und da sind ja auch Bio-Patch mit drin. Jetzt hatte ich noch einen übrig und ich komme aus der IT. So kam ich eigentlich auch zu Swiss Harmonie, weil ich natürlich sehr viel immer in den, ja, ich habe von tausenden Computern umgeben, von tausenden Mobiltelefonen umgeben und ich habe es einfach gespürt. Mir ging es nicht gut. Ich war abends, ich kam aus dem Büro und ich war fix und fertig. Ich habe Kopfschmerzen gehabt und ich habe, die Augen haben nicht richtig mitgemacht und da habe ich gesagt, irgendwas muss hier passieren und so kam ich dann zu Swiss Harmonie und habe das dann auch ausprobiert und war natürlich dann überzeugt. Und jetzt hatte ich natürlich am Anfang keinen Bio-Ring oder einen anderen Schmuck, sondern ich habe halt dann den Bio-Patch genommen und hatte den immer bei mir, habe mir den dann, weil er muss relativ nah am Körper getragen werden, der Kontakt vom Körper muss da sein, also habe ich ihn mir einfach in den BH gesteckt und das hat super funktioniert. Und nachts im Hotel, wenn ich dann auch mal da geschlafen habe, habe ich mir den irgendwie drum gewickelt, aber war nicht unbedingt die optimale Lösung, aber hat erstmal funktioniert, sodass ich einfach für mich herausfinden konnte, das ist toll und ich fühle mich gut, ich kann besser damit schlafen und ich bin vor allem, wenn ich abends aus dem Büro komme, lange nicht so kaputt gewesen. Und das war eine ganz tolle Geschichte. Nur habe ich dann gedacht, okay, der Bio-Patch hat gekniffen, ich nehme lieber den Bio-Ring. Also wie ihr seht, liebe Zuschauer, ist der Bio-Patch nicht für jeden, aber wir haben auf jeden Fall etwas für jeden dabei. Der Bio-Patch ist ganz, ganz dünn, also unter einem Millimeter. Den kann man auch gut in Schuhe legen und drauf laufen, den merkt man eigentlich gar nicht. Den merkt man ganz bestimmt nicht. Den merkt man ganz bestimmt nicht. Mit Sicherheit. Man kann ihn auch unter ein Glas Wasser stellen, das harmonisiert zum Beispiel auch sehr toll, also wenn man unterwegs ist und mein Zuhause hat man ja die Harmonisierung und unterwegs ein Glas Wasser zu trinken, das ist auch gerade harmonisiert, das ist toll. Der Bio-Patch ist einfach klasse. Ein absolutes Allround-Teil. Ja, genau. Und um es Allround dann noch weiterhin zu machen, gibt es da noch den Hafti. Das benutzt man eigentlich nur, um es dann irgendwo zu befestigen. Das ist mit Nanosaugnäpfchen auf beiden Seiten gemacht. Das hält an geraden, also beziehungsweise an ganz flachen Oberflächen sehr, sehr gut. Und wenn es irgendwann die Kraft verloren hat, muss man es einfach nur waschen, in Wasser, Luft trocknen und dann ist die Wirkung wieder hundertprozentig da. Das ist eine Eigenschaft von diesen Nanosaugnäpfchen, wie man das heißt, was sich eigentlich sehr interessant fand. Aber das ist ein Physikunterricht, das brauchen wir jetzt heute nicht. Gut, wieder einmal hier rein. Okay, was gibt es noch? Ja, ich finde wir sollten mal, back to the roots. Die Bodycard, die kann ich hier zeigen. Die Bodycard, Corinna. Die Bodycard ist unser Einsteigermodell, also wo man auch mal gerne einfach ausprobieren kann. Man kann sie überall mitnehmen, man kann sie in die Tasche machen oben. Also man trägt sie direkt am Körper, sie harmonisiert und schützt einen auch sehr toll. Und ja. Es wirkt wie jedes andere, das Harmonieprodukt auch. Und man muss halt einfach gucken, was liegt einem selbst am nächsten, was möchte man gerne haben. Ich meine, so eine Bodycard kann sich natürlich auch einem Mann gut in die Hemdtasche tun. Aber man muss ja immer darauf achten, dass es relativ in der Nähe des Körpers ist. Und ja, da ist so eine Bodycard einfach prima in der Hemdtasche. Oder in einem Arbeitsbereich, wo man keinen Schmuck oder sowas anziehen kann, kann man die sehr gut auch im Körper tragen. Dann schützt sie halt auch. Also die Bodycard, das ist ja unser erstes Produkt gewesen. Das haben wir vor Jahren dann gemacht. Das kam dazu, dass mein Vater, seine Ex-Frau oder damalige Frau, hat sehr viel gereist, auch mit der Bahn und so. Und dann hat sie gefragt, ob er nicht mal irgendwas für sie machen kann. Und dann haben, ich glaube, die haben sogar eine alte Kreditkarte genommen. Oder irgendeine Karte, die hinten einen Magnetstreifen drauf hatte. Und die dann mit der Information bespielt. Und dann hat sie dann ihren Freundinnen davon erzählt und liefern. Und dann so ging das dann weiter. Und dann plötzlich haben wir dann mehr und mehr Anfragen bekommen. Und dann haben wir dann die anderen Produkte hergestellt. Das war auf jeden Fall der Anfang, die Bodycard. Genau. Deswegen haben wir sie auch noch im Inventar, weil es irgendwie etwas nostalgisch ist für uns. Definitiv, klar. Gut. Gut. Ja. Dann haben wir noch was ganz, ganz, ganz Besonderes hier drin, glaube ich. Ja, das ist wahr. Dann nehmen wir mal alle drei gleich raus. Ja. Jetzt ist es ja nun so, wie gesagt, wir haben ja schon das Thema gehabt. Wir haben zwar den Bio-Ring, der auch sehr schön ist, aber auch nicht jeder Mann trägt einen Bio-Ring. Was die meisten Männer dann doch mal früher oder später tragen, ist dann der Ehering. Dementsprechend haben wir einfach beschlossen, dass wir auch mal ein paar Eheringe machen. Und die ich außerdem finde, die wirklich sehr schön gelungen sind. Sieht man sie mal so? Genau. Also sie sehen wirklich toll aus. Hier auch mit dem, ich glaube das ist das Carbon. Das ist auch mit Gold. Mit Gold, ja. Da haben wir verschiedene Sorten. Verschiedene Designs, um das richtig auszudrücken natürlich. Und das erste Design war jetzt Romance. Achso, das war Romance. Das ist Eternity. 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 Das sieht dann so aus. Kann man das nochmal näher zeigen. Genau. Und dann haben wir noch eine dritte, die nennt sich Passion. Genau, dann haben wir noch die Passion. Und diese Produkte können Sie natürlich alle auch noch auf unserer Webseite angucken. Und da gibt es auch noch Bilder. Und hier sieht man Passion nochmal. Und alle Preise dazu. Genau, die sehen so aus. Okay. Gut. Dann gibt es noch ein Produkt, was ich noch hier vorstellen will. Welches ich jetzt gerade merke, wir nicht hier haben. Ja. Aber ich war schon gedacht, das fehlt. Ganz wichtiges Produkt. Es ist ein Produkt, welches mir eigentlich mehr am Herzen liegt. Also was heißt mehr aus? Sehr am Herzen liegt. Das ist der Cartooner. Ja. Und der Cartooner haben wir am Anfang produziert, um Elektrosmog auch im Auto zu neutralisieren. Hat sich dann aber herausgestellt, dass mehrere Kunden uns angesprochen haben und gesagt haben, dass sie plötzlich Sprit sparen. Und warum sie denn Sprit sparen würden. Und wir haben das dann erstmal einfach so angenommen. Aber mehr und mehr haben wir dann Kunden gehabt, die uns das immer wieder zurück gemeldet haben. Und dann haben wir gedacht, gut, dann wollen wir es jetzt mal wirklich testen. Haben wir es getestet, testen lassen von einer dritten Firma in England, die das ganz ohne Beeinflussung gemacht haben auf einer Rennstrecke. Und die haben das wirklich auch bestätigt, dass der Cartooner knapp unter 10% Sprit einspart und auch die Emissionen reduziert. Was natürlich fantastisch ist, besonders jetzt in der heutigen Welt, wo Emissionen ganz oben in den Schlagseilen ist. Absolut. Das ist ganz, ganz wichtig. Das wollte ich noch eben gesagt haben. Was aber auch noch wichtig ist, ist, dass wir eine Geld-Zurück-Garantie anbieten. Alle unsere mobilen Produkte, die wir haben, haben eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Wenn wir keine Lösung für sie gefunden haben, dann könnt ihr das zurückschicken und kriegt ihr das Geld zurück. Mit dem Bio-Home ist das etwas anders. Da habt ihr vier Monate Geld-Zurück-Garantie, weil wir einfach wollen, dass ihr auch mit der Harmonisierung etwas länger wohnt und dann auch wirklich hinspürt, wie das für euch sich entwickelt hat. Vielleicht noch ganz kurz dazu, also gerade auch, was die mobilen Produkte angeht, wo 30 Tage die Rückgabemöglichkeit ist. Wenn ihr das Gefühl habt, man merkt nichts, man spürt nichts, nicht gleich zurückschicken. Einfach erstmal ausziehen, mal liegen lassen und mal gucken, wie ist es denn jetzt ohne? Fühlt sich das plötzlich anders an? Weil oft ist es nämlich so, dass man es gar nicht merkt. Man geht es einem gut, aber man kann nicht sagen, warum. Und wenn man aber dann den Ring oder die Kette oder was auch immer man trägt, ablegt, dann merkt man plötzlich, ah, hing doch damit zusammen. Gut, das war es dann auch leider schon. Wir haben keine Zeit mehr. Was ich aber noch sagen wollte, ist, dass wir auch Gutscheine anbieten im Shop. Das könnt ihr dann auch gut verschenken in der Weihnachtszeit oder auch einfach mal zum Geburtstag. Aber ja, herzlichen Dank, Corinna, Beatrix. Danke auch. Und liebe Zuschauer, herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss.